So, da bin ich wieder zurück. Ihr wisst ja, ihr habt es bestimmt mitbekommen auf dem Kanal, dass ich halt wieder auf Twitch streamen bin, denn da verschenke ich halt einfach so Skins, random in Anführungszeichen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst halt nur Kasalpunkte sammeln im Twitch-Chat selber. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach nur da sein. Da sein ist eigentlich das Wichtigste. Denn ihr seht, 17.700 V-Bucks habe ich jetzt noch. Einen muss ich wieder raushauen. Das geht diesmal den Hans raus. Davor der erste Skins ging an Luca raus. Und ihr seht es jetzt einfach am Hans. Ich spare sogar noch 100 V-Bucks, weil ich hab halt gesagt, für 30.000 Kanalpunkte gibt es halt 800 V-Bucks Skins oder ihr sammelt halt. Vielleicht muss das mal aufstocken, dass man keine Ahnung für 1,5 halt so und so viele Punkte, aber das kann man auch dann so machen. Aber ihr seht es einfach, zack, nur dass ich es auch mache. Verschicken des Geschenkes, erfolgreich verschickt und so einfach geht das Ganze. Einfach Kanalpunkte sammeln und dann seid ihr auch schon dabei. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten einfach suchen auf Twitch selber. Einfach YT und dann Family Hack. So, dann für alle, die auch noch so ein bisschen Support da lassen, wollen wir natürlich gerne meinen Creator Code eintragen. Family Hack. Und in dem Sinne würde ich sagen, bin ich auch schon wieder raus. Ich muss noch weiter leveln, für euch V-Bucks einsammeln auf den anderen Accounts. Und danke nochmal für den ganzen Support. In dem Sinne, haut rein.